Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077, mit dem ich da gerade welche ausgeschaltet habe. Einfach so, weil sie da standen. So macht man das doch, oder? Wenn Leute einfach rumstehen, sie einfach ausschalten. Geht's nochmal hier hin? Hey. Der Stowe. Ja. Ja, und ist es dieser Job hier? Oder nicht? Ja. Hey. Hey. Oh. Let's see. Let's see. Let's see. Ja, 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 ja. Kamera und Kontrolle. Oh, hi, es ist, äh, Cynthia, Pepe's wife. Ja. Ja. Remember me? Ja. Yeah, I do. I don't know what you told him, but- Thanks. Thank you so much. Das ist ein Problem. Ich dachte, da war jetzt so ein riesiger Scarab oder wie die Dinge heißen. Keine Angst, die leben alle noch. Komm raus, komm raus! Hallo? Steal Data, ja! Äh, Mr. Steal Your Data. Hä? Hä? Hi! Wups! Oh, wo sind Sie? Äh... Gently Mode, schnell reinmachen. Aber bestimmt irgendeine Cam hat... Äh, die den Körper entdeckt. Das könnte ich mir vorstellen. Das hätte ich erwarten können, dass das nicht funktioniert. I'm sorry! Wie? Wups! Big Kaboom! Ein bisschen... Ein bisschen Kaboom muss sein. Oh! Muss ich nochmal machen? Ich dachte, wenigstens wenn... Ja... We... We... We got a client who needs help with some internal corpo skullduggery. Our boy wants dirt on his arch nemesis. One Matthias stole. What do you say? Got your shovel? Jaaa... Reefs attached. Back rein! Hoch! Hoch! Öffnen! Ach du wolltest wahrscheinlich... Äh... Kann ich dich nicht ping? Hm? Ja... Ja... Die... Ja... Te وأy... Töer nicht so hoch. Ja... Ach ich... Ja... Ich weiß, dass du hier bist! Ja, ich weiß auch, dass ich hier bin. Ich muss ihn nicht mehr aufschauen. Ich muss ihn nicht mehr aufschauen. Mehr nicht mehr aufschauen. Ich bin nicht mehr aufschauen! Hey! Mwah! Beautiful work, Vey. Stokes, wie immer. Big thanks. Car tracks closed and the Eddies are flying at you. Oh, wow. So, und wo war der Cyber Psycho, der irgendwo rumchillt? Und mach ich das? Nee. So, hä? Ist jetzt ein anderer Fight Ring? Na gut. Na gut. Ja, Cyber Psycho. Ja, ah, da. Bisschen um die Ecke. Ist hier irgendwo das umgefallene Riesenrad? Äh, Riesenrad. Wer will ich mir sein? Ich glaube, das will ich mir ein. Ja, das will ich mir ein. Uah! Who knows what you mad? Was für Probleme gibt's? Hey! Hey! Was? Was? Was habt ihr denn gefunden? Was ist das drin? Ja. Äh, ich möcht's gerne haben. Habt ihr so raus? Ja, genau. Ich hab dich schon mal gesagt. Nur, wer, der schaut, wird nicht Fragen stellen. Was hast du gewartet? Gib das ihm! Verrückt mir! Du kannst es nicht öffnen. Wir werden sehen. Wo hast du es gefunden? Ich sagte, wo? Was ist das? Die Dumpster! Da vorne. Für fuck's sake, Josh. Schau, es war nicht wir. Oh, hi. Ja, ich hab dich schon nie mitgespannen. Ja, wenn du mir Sachen gibst, dann chill ich auch. Pidil, ne. Doch, Pidil, ja. Fünf, fünf, fünf. Erre. Und Use. Lounge.exe. Was? Und jetzt, Lounge.exe. Last time. Lounge.exe, ja. Go to the Drop-Point. Oh. Torat. Ja. Aber, wartet mal kurz eine Sekunde. Oh. An der kurzen Winkel Pause geht's weiter. Da. Okay, remontiere mich. Ich glaube, ich ignoriere diesen... ...über wie die Broadcast. Hey, kannst du mich sehen? Nein, ich seh dich nicht. Wo bist du? Hä? Hab ich mir gedacht. Oh. Okay. Die Punkte, die ich in der Nähe... ...hab ich keiner. Oder so. Ich hab keine wirklichen... Weiß nicht, ob das näher dran ist, was ich jetzt mich... ...intele mal hier. Oh. Hm. Worte, wenn ich wollen rauskommen. Alles gut, ihr? Olocados. Mit dem bin ich ja freundlich. Ja, vielleicht ein bisschen näher dran. Aber nur... ...ein ganz kleines bisschen. Ja. Gut. Oh, shit! Äh, hi! Alles gut? Ich sehe, wir sind die Persönlichkeit. Ja, ich weiß, was wir haben. drin haben. Autsch. Aber ich inste weg. Aber wirklich instant. Haben die da einen Sniper? Aber irgendwer von denen... Ähm... Eine Kugel? Gibt es doch hier schaden? Zeig doch mal von meinem Maik. Halo delivered. W9... WD7A. Exit. Oh na? Kann ich pingen? Kann ich nicht pingen? Doch, da... Ich werde drüber. Luz... Wir haben... Ich nicht. Versprichst du mir das? Ich möchte keinen Ärger. Ich werde drüber. W9... 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 Hi! Gute Nacht! Hallo? Gute Nacht! Hm. Untitled. Was ist das? Bild? Oh. Oh. Warst du da? Puh. Mit dem Schump-Change habe ich in eine Mikroche gekriegt. Ja. In meinen Tränen. Okay. Lass uns abholen, bevor die Hände starten. Wie für die Schilderung. Du hast die Verkaufs in keinem Zeitraum gelangen. Okay, dann haben die irgendjemandem das Bild geklaut. Nice. Bilder klauen ist mein Lieblingsjob. Ja. Aber ich bin auch die heutige Folge hier. Dann wirst du dich sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet. Lass ein Like und dann in den Kommentar. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.